Uttita Dvijanu Shiras Parashasana ist eine Stellung zur Stärkung der Bauchmuskeln und gehört zu den Vorwärtsbeugen, die anstrengend sind. Ausgangsposition ist die Sitzhaltung. Von hier gib die Handflächen auf den Bodenfingerspitzen nach vorne und dann hebe die Beine hoch, sodass der Kopf zu den Knien hingeht. Die Stellung heißt Uttita, aufgerichtet, Dvijanu, zwei Knie zu Shira, also zum Kopf, Sparsha heißt berühren. Also die Stellung, bei der mit die beiden aufgerichteten Beine die Knie zum Kopf berührend hinbringen. Diese Stellung ist auch eine schöne Stellung, um mit den Fußsohlen Dich zum Himmel zu öffnen. Die Stellung ist eine Mischung aus Öffnung des Himmels, Stärkung der Bauchmuskeln, der tiefen Bauchmuskeln, Psoasmuskeln, eine Flexibilitätsübung und eine Übung, bei der Du in der Anstrengung lernen kannst, ruhig und tief zu atmen.